Hallo und guten Tag, hat er gesagt. So, ich habe mir mal den niedrigen Sattel, Dingsbums, ran gemacht. Und wir fahren einen kleinen Umweg, aber nur einen richtig kleinen Umweg, weil wir noch was wegbringen müssen oder wollen, um mal zu gucken, ob das, ja, geldmäßig wir noch irgendwas kriegen. Deswegen fahren wir auch hier halb in der Nacht noch los. Unsere altbekannten Wege. Ich hoffe, dass wir auch gut rankommen. Mehr kann, ich habe noch mal reingeguckt, mehr kann ich gar nicht so großartig ausrüsten hier. Wir haben hier eigentlich alles relativ schon ausgerüstet. Den P12 hatte ich auch noch mal rein. Da konnte ich, glaube ich, andere Reifen noch wählen. Aber sonst auch nicht großartig was. Und die Medium-Seilwinde, also hier so eine verstärkte Seilwinde, konnte ich da noch einbauen. Hat ein bisschen Geld gekostet, ob wir die brauchen, weiß ich noch nicht. Aber wir werden mal gucken, wie es da so aussieht. Wir machen ja erstmal hier so lang. Ich sage euch noch gar nichts, was ich vorhabe. Sondern werdet es denn euch... Ihr werdet es sehen. Gut, oder später. Später eher wohl. Dann werdet ihr schon sehen, was ich denn so Neues mir ausgedacht habe. Beziehungsweise, also unser Weg ist ja... Ist ja eigentlich vorbestimmt, wo wir lang müssen. Und was wir halt zu tun und zu machen haben. Da haben wir ja eine ganze Karte eigentlich frei zu räumen und die ganzen Brücken da zu bauen und so weiter und so fort. Mit wir irgendwann ganz Michigan abgearbeitet haben und die großen Aufträge noch machen können. Natürlich auch noch ein Weilchen dauern. Aber da sind wir ja gut drauf und dran. Wenn ich da so gucke, sind wir ja auch noch bei den Folgen noch im ersten Anfang. Also da gerade mal die 10%-Marke angekratzt anscheinend. Ich weiß gar nicht, welche Aufgabe wir gerade hier so haben. Ich kann ja da mal gucken. Was sollte ich denn hier einsammeln? Ach, den hier hinten. Könnten wir zum Beispiel auch mal machen, ne? Werkzeuglieferung. Hat das ja einer hier mit so einem Teil. Okay. Könnten wir an unseren ja eigentlich auch anmachen, ne? Jupp. Könnten wir. Also wir haben mehrere Möglichkeiten hier irgendwas zu satteln. Ja, mal gucken, ne? Vielleicht machen wir auch mal so eine Folge, die so ein bisschen... ...dran und drauf ist, hier andere... ...andere Sachen uns anzugucken. Um mal wieder so ein kleines Erfolgserlebnis zu haben. Nicht hier hin und her zu fahren, sondern auch mal wieder so... ...ja, die Karte freizuräumen. Oder auch mal wieder Geld zu verdienen. Das wäre ja auch mal wichtig. Wenn wir hier schon hin und her fahren. Das war auch denn eine Runde Geld verdienen. Ganz nah hinten durchfahren, wäre ja gar nicht so schlimm eigentlich. Aber wir wären denn bei Drummond. Ich weiß jetzt nicht, ob bei Drummond denn ein Dings wäre. Siehste, jetzt könnten wir eigentlich mal gucken, ob wir bei Drummond... Drummond, Iceland. Da haben wir gar keinen Anhängerladen, ne? Wir kommen hier hinten raus, da haben wir nichts. Und hier hätten wir auch nichts. Zumindest nicht sichtbar. Ich weiß nicht, was hier oben denn schönes noch drin ist. Aber wirkt jetzt nicht, ob hätten wir da irgendwas. Wir machen ja links rein. Ich hätte es schon ein wenig ahnen können. No, ich will mir nämlich hier das Holz mitnehmen. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob wir den jetzt hier irgendwo hinbringen könnten. Und so das Holz dann mitnehmen. Aber das ist ja so ein Tieflader, so ein Anschluss. Ich stehe natürlich denn da hinten, weil hier hätten wir jetzt ja auch nochmal einen Pritschenanhänger. Und hier ist ein... Also richtiger Tieflader sieht es ja gar nicht aus, ne? Das ist ja auch für mich eher eine Pritsche. Oder bin ich doof? Für mich sieht der Donner wie eine Pritsche aus, ne? Eine andere, aber... Können wir das jetzt hier anhaken? Achso. Ich habe die falsche wieder gedrückt. Zu weit weg, okay. Falk denn so beschissen heute? Anscheinend schon. Ja, steht nicht weit weg. Oh, was ist das denn hier? Eine Geister... Äh... Ein Geisterblatt. Netze, ne? Ja. So. Da war aber ja... Den denn da unten verkaufen könnten. Also wir machen uns mal jetzt hier so einen Schlagplan, ne? So, ihr könntet jetzt hier rausfahren, hier hinten rum, zack, 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 ne? Bis nach Iceland. So. Dann hätten wir hier das. Da hätten wir irgendwas abzugeben an Holz. Irgendwo besonders, ne? Wir hätten hier, Arte Verhandlung. Das ist beim Holzplanke. Die könnten wir zum Beispiel direkt abgeben. Können wir schon mal Verfolgungsstaat machen. Dann könnten wir den nämlich verkaufen. Den Anhänger. Und hätten da auch schon mal ein bisschen was. Ich weiß nicht, ob wir die Jute haben, aber... So, ich habe ja letztes Mal so eine... So eine Wendemanöver irgendwie gelernt. Zumindest ein... Oha. Sollte ich da nicht so übertreiben, ne? Also nur, weil es einmal klappt, heißt es nicht, dass es immer klappen würde. Guck mal, jetzt drehe ich mich so rum. Aha. Alter, wie habe ich mich denn jetzt hier gefangen? Ich muss ja irgendwie so hier mehr raus. Alter, Späte, ne? Ich müsste mich ja... Hm... Ne, das nervt mir ja schon wieder. Ich müsste mich ja irgendwie hier so rausziehen können. Okay. Also, jetzt richtig Spaß gemacht hat es nicht gerade. 10.000 Mal hin und her, das ist doch gar nicht schwer. Rende-Kreis wie ein... Rende-Kreis wie ein... Ah, ah, der kriegt da einen. So, die Frage ist natürlich, wenn wir jetzt hier mir Benzin holen sollten, schaffen wir denn da nach unten? Wahrscheinlich nämlich nicht. Mit den ganzen Benzin. Wenn ich jetzt mir hier Benzin hole, müsste ich ja irgendwo hier nochmal drehen. Oder... Ah, ne, ich habe eine andere Idee. Das Drehen sollte ja gar nicht das Problem sein. Ich brauche ja den Anhänger nicht immer überall mitschleppen, ne? So. Genau. Dann kommen wir nämlich auch so an Zielen, denn es hat alles ganz gut. Können wir uns hier nochmal ein bisschen voll... tanken. Hätte auch fast schon rückwärts fahren können, das Ganze. Ja, gut. Also die Wendemanöver, die sollte ich mal... wirklich üben, ey. War jetzt nicht so das Schönste eigentlich. Aber man hat auch das Gefühl, dass man wenig Kontrolle hat, hier bei den Wänden, ne? So. Guti. Und dann geht es hier neu los. Super. Also bisher läuft. Wir haben einen kleinen Plan. Einen kleinen. Und den wollen wir auch rausführen. Ich denke mal, da unten durch könnte ein bisschen lustig werden. Jetzt auch mit den Anhängern hier gleich... die Bischung runter zu machen. Könnte auch ein bisschen lustig werden. Aber das sollten wir eigentlich relativ... relativ gemächlich hinkriegen. Da guck mal, dass wir keinen richtigen Rückwärtsgang haben. äh... sie hier zum... zum Angucken. Ja. Dann klappt das auch mal mit den... mh... 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 ja, merkt also... bin ich eine eine gute nummer konzentriert weil ich jetzt hier auch mich nicht weg wollen möchte oder so mit der steine wird sie ja auch noch vielleicht ein bisschen tricky aber hier bleiben wir ja oben das heute ich denke ich mal mit einem eigenen gewicht sehr ordentlich so wir müssen da denn ausscheren okay das gewicht wird aber mich hier versuchen ein bisschen runter zu ziehen ich weiß nicht ob das hier alles schon zu schnell geht er bewegt denn ja noch nicht so schnell hier einmal lang fahren aber das geht noch hier ne wir kommen jetzt hier von der seite sind wir schon mal hoch weiß war jetzt nicht mehr richtig mit welchen gefährten aber auf jeden fall jo ist das hier ein ordentlicher ja schön 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 sehr schön so ich wollte hier mal gucken durch den matsch ne ob wir denn sagen hier vielleicht denn hier hier so rum wäre schöner vielleicht denn hier so rein weiß ich ja nicht ob da denn so ein besserer weg ist ne können wir ja mal gucken lass mich da mal überraschen wir haben ja gute reifen bei aber haben wir auch sollte denn hier so in dieser art und weise denn eigentlich gesittet und ordentlich vorwärts gehen dann kann man ja schon fast sagen dass wir ja nachts im schlamm unterwegs sind ein schlammbad in der nacht ja so ungefähr dann brauche ich mich jetzt da nicht hier vorwärts und rückwärts da irgendwie gucken so denn hier lieber außen lang ich glaube tagsüber wäre ein bisschen besser aber den tagsüber im schlamm ist langweilig ne aber wir sollten schon bei nachts bleiben ich weiß nicht ob der besser ist als die straße da werdet ihr denke ich mal mehr erfahrung haben als wenn ich jetzt hier weil ich mir noch so ein weg ausmache jetzt fahren wir ja ein bisschen straße jetzt sehen was ja gleich wie fern hier die dieser matschweg denn da cool ist oder wäre das ist ja okay aus das ist jetzt ja nicht ne würde er hier wirklich schneller fahren ja auch nicht so wirklich ne das ist ja ja die ich 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 Also hier scheint es denn ja richtig matschig zu sein. Also bisher geht es so, ne? Lass das ja auch mal ausprobieren hier, ne? Ohne Anhänger fährt man hier easy peasy durch eigentlich. Wir hatten ja hinten ja den einen schon mal geborgen, ne? Das eine Fahrzeug. Und dadurch kämen wir das ja, naja, unbedingt. Oh, hier ist tiefer Schlamm. Aber trotzdem, ne? Er zieht sich relativ smuffte durch. Ich bin echt begeistert von denen. Ach, das war denn schon hier? Ja, vielleicht denn irgendwann, wenn wir mal zum Genuss kommen. Wenn wir den Weg dann fahren und dann sehen wir ja dann die Unterschiede, ne? Wissen das? Oder vielleicht kennt ihr ja auch die Unterschiede. Wird bestimmt ja einer schon mal ausprobiert haben in irgendeiner Art und Weise. Ich kann dann genau dann sagen, inwiefern das denn da so ein bisschen anders ist, ne? Ja, das ist aber auch mal ein mega tiefer Lamm hier, ey. Meine Güte ist das Lamm. Ich glaube, jetzt zieht er. Jetzt haben wir es, glaube ich, geschafft. Jetzt haben wir noch eine Kugel, denke ich mal, vor uns. Wir haben dann auch schon fast die 100 Liter weg. Aber das ist eben auch anstrengend, hier durch den Schlamm zu machen. Da wird er eben auch viel verbrennen. Und das ist allgemein, wenn du da so viel Last aufbringen musst, natürlich. Wenn du dich da durchschaufelst, wie so ein Weltmeister, äh, schon eben eine krasse Sache. Ist ja schwerlich, dieser Weg. Da ist er ja über dem Berg wahrscheinlich, wären wir da schon drüben. Aber dann wären wir ja eben auf der falschen Seite. So, goodie. Wir fahren jetzt da rüber. Oh, und dann können wir da abgeben, geil. So. Und dann gucken wir gleich, ne. Wir haben ja den hier. Ich markier mir das nämlich. Und dann können wir das hier oben abgeben. Und dann ist es schon geil. Auf geht er. Fahrzeug ist praktisch geputzt, ne. Nicht nur praktisch, das ist nicht geputzt. Jetzt hatten wir mal unsere Holzplanken da hin. Und dann sollen sie schon mal das erste da fertig bauen. Und dann sind wir schon mal ein Riesenstück weiter. So. Zicke, zacke links rum. Zicke, zacke rechts rum. Naja, aber ich jetzt frage so, ist er auf Knackseil, war anders rum. Und das war die Frauen links und rechts, ne. Musst mich auch mal an sowas dran gewöhnen. Am meisten kenne ich die Worte hier Dingsbums oder da lang. Das sind die besten Beschreibungen, die ich mein Leben lang in den letzten Jahren immer genießen darf. Von der Herzensdame. Nicht, dass die zuhört. Mal aufpassen. Ne, dass so eine Gedächtnissschelle von hinten kommt. Könnte denn böse ausgehen, das Ganze. So, 93 Liter, langsam kriege ich Angst. Aber geht noch, ne. Relativ ist noch in Ordnung. Das Ganze, so. Und mal fertig. Dankeschön. Eine gute. Geil. Und wir haben mal wieder was verdient. Das ist Schall. Schön, 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 schön. Haben wir gut hingekriegt. Wir können uns hier noch voll tanken. Das ist eben auch ganz gut. Der verlassene Bohrplatz. Hier ist, denke ich mal, eine Aufgabe. Ich will noch gucken, was es hier noch sonstiges gibt. Hier haben wir ja unsere großen Aufträge hier. Genau, das hier ist der eine, rostiges Erbe. Das ist das andere. Konzernwachstum. Müssen wir da welche hinbringen. Wir haben aber, ich wüsste gar nicht, von wo wir. Ach, da. Von da hinten müssen wir da was hinbringen. Das geht aber noch. Können wir hier wirklich außen rum fahren. Holzplanken, Toni. Und wir haben ja schon jetzt hier den einen Anhänger. Das heißt eigentlich, wenn wir den verkaufen, hier den Anhänger nehmen. Den pritschen Auflieger. Dann könnten wir das ja auch eigentlich transportieren. Das werden wir auch so machen. Oder fahren wir hier hinten lang. Da waren wir ja auch schon mal. Wenn ich jetzt hier so ein bisschen links fahre, dann könnte ich das ja eigentlich auch gleich machen. Wie viel müssen wir da machen? Zwei. Oh ja. Ich glaube, das machen wir als nächstes. Weil dann machen wir hier so eine kleine Tour. Das sei jetzt sicher nicht so schlimm. Hier können wir ein bisschen rückwärts fahren. Und hier gleich nochmal voll tanken. Und dann bleibt es ja das gleiche, ob wir jetzt so oder so mal fahren. Ich glaube, das ist ja Rops wie gesprungen. Geil. So. Hier haben wir natürlich auch ordentlich ein paar Lieders drin. Ich glaube, so nah brauche ich immer gar nicht ran. Der macht das auch so auf acht Meter entfernen. Dann geht es hier hinten auch ein bisschen vorwärts. Aber der Weg ist schon ein bisschen... Da müssen wir eh gleich nach rechts. Der kriegt sich auch hier so ein bisschen... In die Matsch ein, ey. Und hier sogar... Na, wir dachten jetzt... Da hat er nochmal einen kleinen Tor. Ein bisschen Grip wiedergefunden, ne? Dass ich da hinten vorbeikomme. Ich dachte, er bleibt da am Bohm hängen, ne? Hat aber dann doch noch irgendwie geschafft. Also... Naja. Wenn wir hinten ja langfahren, wollen wir ja auch den schönen Weg hier mal wieder augenscheinlich und nicht uns ergürzen und den schönen Weg nehmen. Das ist ja auch nie so schlimm. Geht zumindest mal nicht von aus. Der auch hinten. Schade eigentlich, dass man vom Auflieger nicht irgendwie die Reifen auch mit wechseln könnte. Das wäre... Ich sehe ja auch nie so verkehrt, ne? Wenn du sagst, okay, ja klar. Na, Auflieger da mit den Stülpen, Schlappen da dran. Das ist ja auch so ein bisschen. Ein bisschen schöner sein. So müssen irgendwie breitere Reifen. Obwohl das ja immer schon Doppelreifen sind. Da ist die Einsick-Gefahr. Ich weiß gar nicht, ob es dann so viel Unterschied machen würde. Wenn da fette Reifen hinten ran macht. Das ist ja nur ziehendes, ne? Du hast ja keine... eine Kraft, die davon ausgeht, ne? Ich glaube, das macht dann eher weniger Sinn. Nur wenn da irgendwie... motorisiert... eine Bewegung ins Spiel kommt, ne? Dann muss er ja schaufeln können. Wo bin ich denn überhaupt? Ach so mal. Dann sagen wir, wenn ich ihn überhaupt noch richtig hinwegkehre. Ja, das hat nicht auf die Kugel geachtet, ne? Das ist so wie bei unserem Dorf des Vertrauens mit dem Feldwegern. Das sind auch immer so gemeine Schlaglöcher. Da muss man eben ein bisschen drauf achten eigentlich. Dass man hier komplett rumkommt. Schleudert das aber auch links und rechts dahin. Gut eingefällt, ja. Ja, wir wollen ja den Weg mal machen. Ich will ja auch mal hier so ein bisschen paar Minuten mal länger spielen, ne? Weil wir ja auch in den letzten Tagen sehr wenig Zeit haben. Ja, so eine Woche passieren. Ich denke mal, jetzt sieht es wieder ein bisschen besser aus. Nach Zeit her. Ja, und nicht mein einzig Let's Play, das ist mein Main-Let's Play, ne? Geboren jetzt, muss ich sagen, in den letzten drei Monaten. Ähm. Aber ich habe natürlich auch andere Projekte, die ich gerne spielen möchte. Weil ich eben Bock drauf habe. Und, äh. Ich spiele ja eh nur das, was mir Spaß macht. Und da wollen wir mal gucken. Ach so, ich hätte ja auch nie gedacht, dass das so viel Spaß macht. Ich bin ja eigentlich von Shipbreaker, von so einem Weltraum-Zerträge-Spiel hierhin gekommen, weil ich dachte, vielleicht begeistert mich das auch, ne? Und ich muss sagen, das begeistert mich sehr. Heftig, heftig, heftig. So, Frachtverwaltung, Holzplanken. Dankeschön. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank für das Zuschauen. Und habt noch einen wunderschönen Rest Samstagabend. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.